Meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch of Train. Exotisch bleibt es weiterhin, haben wir das letzte Mal auch Train gehabt. Ne, da hatten wir glaube ich Cash. Cash hatten wir da. Da habe ich im Matchmaking Train gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja doch, genau, im Matchmaking was Train. So, Overwatch of Train. Unser Suspect ist jetzt hier noch in Runde 0. Wow, da ist ziemlich... Also das Fadenkreuz war gute 2 Meter vom Ziel entfernt. Aber der Headshot ging rein. Also er hat noch nicht mal hingezuckt, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein Demo-Fehler war, weil der Rest war komplett flüssig. Aber es ging einfach in die Fresse, ohne dass er drauf war. Mit dem Fadenkreuz aber wirklich weit weg. Lass uns mal kurz langsam machen. Oh, 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 oh! Wie er gerade eben nachgezogen ist. Okay, gut. Schade, da sind wir glaube ich ziemlich... Ziemlich offensichtlich dabei, oder? Komm, wir machen nochmal... Wir lassen mal noch ein Stück weiter tingeln. Naja, hüpft für euch hin, ihr Dackel. Hier auch mal den, den, äh, ne? Den gehopften Gebunny-Kram. Headshot-Rate 100%. Auch die Mates würgen ordentlich rein. Also wenn man sich das hier mal anschaut, äh, ja. Ach, guck mal. Die Cities sind auch schon 2 weniger. Die kriegen wirklich hart auf den Deckel. Das ist bitter. Ich spule direkt ein Stück. Er bleibt am Anfang immer ein bisschen stehen. Als wenn er was konfigurieren würde. Wer weiß, was er da macht. Wer weiß, was er da macht. Ist überhaupt noch ein Gegner da? Einer noch am Spawn der AFK ist. Okay. Ob er den auch noch so krass weggedödelt wie eben? Ich würde mal gerne seinen Shot sehen in langsam. Vor allem, ob er ihn auch in der Luft jetzt drückt. Also, also, da ist noch nichts mehr hingezogen gewesen, ne? Das Fadenkreuz ist noch nicht mal drauf. Oh, die Kugeln gehen rein. Äh, also, der Sound. Bling! Da ist auf jeden Fall was im Busch, würde ich sagen. Und auch das Gehopse ist, ähm, ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Achtung. Bup, bup! Alter, wer macht denn sowas? Komm, komm. Also, wir haben schon lange nicht mehr so einen offensichtlichen Hundebock gehabt, der so einen Dreck verzapft war. War das jetzt eben alles? Er hat das Ganze... Ja, es war sogar ein Ace. Wow. Hat er wirklich gut gemacht. Das ganze Team ist am Loshoppeln. Er hoppelt rückwärts. Ha, 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 ha. Also, das ist ja wirklich absolut dreist, oder? Die Gegner haben... Ah, doch. Der eine hat drei Kills. Alter Falter. Also, das... Schade, hätte ich gerne noch langsam gemacht. Das ist wirklich komplett krass. Trafen sich zwei Hacker. Hm? Also, sein gesamtes Team... Jetzt kriegt er sogar noch an die Fratz geschossen. Sein gesamtes Team ist am Hoppeln, wie man sieht. Zumindest diese vier vorderen. Die Nummer sieben. Ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen erkennt. Äh, oben auf der Map. Aber ja, der halt AFK rumsteht, der Tee. Der, äh, hoppelt nicht davon. Ach, wo ist denn die Maus jetzt wieder hin? Stopp! Ach, verdammte Scheiße. Ich wollte das auch langsam machen. Nächste Runde. Ich schwöre, ich mach's langsam. Ich mach's brutal langsam. Edel! Natürlich sehr edel. Das ist jetzt, äh... Das ist jetzt der kurze Gang. Das war der Scheiße. Also, das... Äh, das war ziemlich grob. Das war extrem. Ähm, da kann man ja... Fast schon. Ich glaube, da nehm ich nicht allzu viel vorweg. Da kann man ja eigentlich so gut für alles an... Äh, obwohl Vision... Ja, Vision wahrscheinlich auch, ne? Ähm... Also, wir machen's heute mal ganz offen, ne? Also, ähm, 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 äh, war da, glaube ich, am Start. Aber externe natürlich auch. Griefing würde ich jetzt nicht drücken. Bei, äh, Vision... Also, im Normalfall denke ich, kann man davon ausgehen, dass wenn jemand so am Reihenwürgen ist, also, dass er wirklich alles einfach umhustet, da ist dann in Vision, ist das auch nicht weit entfernt. Aber, äh, wenn man jetzt sich die ganze Sache nochmal so im Kopf durchgehen lässt, war, glaube ich, kein Moment da, wo man jetzt sagt, oh ja... Ja, doch, doch, eigentlich schon, ja, ja. Am Spawn eben zum Beispiel, da hat er auch ganz schnell eigentlich... Je nachdem, wie so ein Aimer eingestellt ist, drückt er natürlich auch, wenn man den Gegner noch nicht sieht. Wenn man ihn nutzt und abdrückt, dann schießt man automatisch aufs nächste Ziel, auch wenn das noch nicht erschienen ist. Und, äh, ja, das kann einen natürlich auch in die richtige Richtung führen. Also, äh, äh, ja, so würde ich jetzt sagen. Also, der ist eh weg vom Fenster. Alleine schon, wenn diesem absolut offensichtlichen Aim-Assistent, das müsste ja eigentlich automatisch, äh, fliegen, ne? Das kann eigentlich nicht sein, dass das hier noch im Overwatch überlassen wird, dass man das noch drücken muss. Weil, das ist doch eine wirklich extrem offensichtliche Sache, aber naja. So ist es halt. Über Vision könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ähm, ihr könnt ja hin und her spulen, ich nicht. Also, da könnt ihr gerne auch noch eine Zeit dazu schreiben, wo ihr findet, dass man es da so oder so imperfekt sieht, dass er auch Vision am Start hat. Ich werde jetzt hier drücken, was ich drücken möchte. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Und zwar beim nächsten. Macht's Spaß! Ja, ich bin da gerade noch ein bisschen am Rumburschen mit dem Anfang der Folge. Der ist immer wichtig. Der Anfang muss ja immer... Der Anfang soll ja praktisch wie so ein Bait sein für den Rest des Filmchens, des Videos, um die Leute zu baiten, weiterzugucken. So nach dem Motto. Da ist es ziemlich interessant, was jetzt gleich noch kommt. Und, äh, ja, ich muss noch rumgucken, was ich da an den Anfang schneide. Es muss auch ganz kurz sein. Die Leute verlieren so nach 5 bis... Also, wenn die Sache mehr als 5 Minuten dauert, ist schon kritisch. Und wenn... Äh, 5 Sekunden. Sekunden. Wenn der Anfang, äh, länger als 5 Sekunden dauert, wird es schon kritisch. Und bei 10 Sekunden kannst du eigentlich verhuddeln. Deswegen muss ich mal gucken, was ich da vorne hinwurschtle. Äh, um, um, äh, euch so ein bisschen... Ah, zu locke! Ich meine, die, die macht Spaß, Videos kennen, die wissen eh, dass es sich lohnt, äh, da reinzugucken. Aber wir haben gerade wieder ziemlich viele neue Leute da, die den Kanal besuchen. Natürlich auch wegen dem Giveaway, das läuft. Und da muss man natürlich gut dastehen, ne? Ja, soweit, so gut. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und am Dienstag im Livestream um 18 Uhr. Haut da rein! Hm.